Ich hab echt Bock, jetzt das Spiel so neu zu entdecken. Soll ich wieder von Norden reinkommen oder soll ich das? Nein, 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 wir müssen viel warten. Oh, mit der fetten Trommel hier ist das ein schweres Scheißteil. Ich muss wieder schleppen, weißt du? Du hast die neue MP und ich hab das alte Kackteil bekommen. Guck dir das mal an. Ach du Scheiße. Das ist schlug Scheiße, Alter. Ist das aber gut? Nein, das ist Ultra Crab, Alter. Das ist die größte Rotzwaffe. MG 0815. Ich bin im Wasser gekühlt. Ja, pinkel mal drauf, komm. Ist gut, der ist aus der roten Zone. Rechts, rechts ein Uhr. Du bist aus der Red Zone draus. Setz dich, ey, hock dich hin, hock dich hin. Außerhalb der Büsche, außerhalb der Büsche. Vor, vor, vor. Was machst du? Du machst mich fertig. Ach so, ah, du musst dich auf. Spielst du zum ersten Mal das Spiel oder was? Ja. Hab ihn. Schön. Bisschen, ja, ein bisschen rechts hinterm Busch für dich. Ja, da brauch ich eine neue Position irgendwie. Moment, äh. Boah, hier ist alles voll, äh. Jetzt bleib einfach so, wie du bist. Dann benutze ich dich. Carla, wir bräuchten mal Artillerie auf Markierung. Ja, fabelhaft. Ja, perfekt, Mann. 125, 8. Ist der tot? Ne. Nee. Nee. Für mich ist das ja genau ein Busch. Jetzt hab ich ihn. Ich guck mal, ob ich noch was finde. Jo. Ja, oben am Hügel. Da oben. Ah. Jetzt hast du bloß eine Auflösung oder was hab ich für Alter. Da kommt noch einer. Der ist bei den... Von links, ja. Nicht genau da, wo du hingeschossen hast, ja. Da kommt noch einer herangelaufen, auch an den Stein. Ja. Schaut auf uns zu. Schaut genau. Perfekt. Bisschen weiter links. Konto, komm mal zu mir. Der läuft gerade wieder nach links raus. Äh, ich nicht, ja. Aber ich... Wollen mal neu. Der liegt. Perfekt. Rechts da vorne an den Stein. Der Tech-Marker ist einer. Ich seh ihn nicht mehr. Also noch mehr. Ich glaub ich hab ihn. Ja, der eine... Die arbeiten sich immer in dieselbe Richtung. Steinen hier als Maschinengewehr. Bisschen weiter links. Oh, der liegt noch bei mir. Direkt bei mir. Links von meiner Seite. Ja, jetzt da. Die bringt Richtung. Der liegt da in den Hecken. Jetzt läuft er zu seinem Kameraden. Kriegen wir Schluss. Vorsicht. Ich werde die Chancen. Ich seh nicht. Ja, Deckung. Da kommen sie Richtung, der Tech-Marker. Okay, dann bewege ich mich vor. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Da ist es noch mehr. Da ist es noch mehr. Ach, warum schiebst du denn? Ach, Mann. Nein, lass ich gehöre. Mein Commander ist etwas laut. Vorsicht, da kommen welche voraus. Ah, jetzt ist der Commander raus. Perfekt. Schmeiß mal Granaten in die Büsche. Hier ist alles voll. Ja, nee. Gigi. Links von dir, Jacks. Ähm, Wade. Ja, rechts auch. Auf der Wiese. Auf der Wiese. Ja, die Wiese sehe ich nicht so gut. Okay. Ich bin jetzt rechts von dir, Wade. Ja, da sind noch welche in den Büschen, ne? Gegenüber. Ja. Ich schweif meine Granaten. Links, Schroger. Ja, mach ich gleich. Sollte tot sein. Wenn das der war, der da graubt ist. Oh, die Granate war gut. Der Dala war auch. Ja, ja. Da ist noch einer. Da ist. Scheiße, hinter uns kommen welche. Mann. Aus Ost. Äh, West, meine ich. Hast du auf 47 was gefunden, Ben? Nein. 47 ist weg. Alles klar. Feind Infanterie aus West kommt in den Punkt rein. Gott, du zu mir. Gott, du zu mir. Egal, was passiert. Oh, ja. Beim Attack-Marker. Oh, nee. Ist feiner für uns. Ja, ich bin down. Okay. Hat sich erledigt. Okay, ich warte mal, bevor ich winze. Äh, nee. Wir müssen 41 sichern. Da ist immer noch ein Spawn. Alle auf 41. Ma... Da, Marke, Marke, Marke. Ja, wie könnt ihr den nicht treffen? Leute, aufwachen. Irgendwo liegt eine Showshot. Aufpassen. So, schmeiß mal Granaten davon und dann weiter vor. Wir können hier nicht bleiben. Kommt schon. Richtung Attack, aufpassen. Die werfen auch Granaten. Ja, ich sehe das Zelt. Ich sehe das Zelt. Mehr Granaten, Jungs. Das Zelt ist in Sicht. Ja, da schreibt der andere auch schon. Schon hart OP, die Panzer geworden. Die kriegst du nicht kaputt. Kommt schon, rand da, Jungs. So, der Rest vorhin halten. Wir müssen irgendwie den Osten erreichen. Einfachs vorhin halten. Nichts machen. Wo sind wir die Gegner? Da ist alles voll. Halten oder weiterfahren? Was macht der da? Wo hin fährt denn der? Oh, what the fuck? Was ist denn God's Action? Ich halte jetzt an. Alter, was war das? Weil die keine Antwort bekommen hat. Ja, okay. Und fahr weiter nach Süden. Hier ist ein Spawn bei mir. Okay. Das gebe ich dann so durch. Sie macht sich, passt das? Scheiße. Bei dir südlich? Äh, nördlich? Ich weiß. Warte mal. Die kommen hier gerade alle aus den Büschen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier passiert. Er hat nur 500er geworfen, ne? Ich hab's überlebt. Ich geh der Sache mal nach. Jawohl. Weil es ist nur ein Rally. Dann krieg ich das wohl alleine hin. Das ist das komische Zelt da ist. Ja. Hab ihn. Ich hab leider versucht, ein Rally zu setzen. Wir müssen kurz warten, Funker. Zu mir. Ja, ich komm gegen den Hang nicht hoch. Ah, jetzt komm ich hoch. Der Rest weiter, wie geplant. Markier mal bei mir Gegner. Ja. Was? Okay, ist der verlorene Kerl. Äh, Chihuahua, schau dir mal das Hemispie an. Du machst. Ja. Gut, wenn man jetzt mit dem Panzer arbeiten muss, das kann auch klappen. Ja. Muss nicht, kann aber. Ja. Links von mir sind Gegner. Oh ja, oh ja, am Panzer sind auch Gegner. Na, aufpassen, die kommen südlich, Jungs. Die kommen südlich. Ja, am Haus, am Panzer. Recht daneben, im Prinzip. Ja. Richtig, schon, ihr tagt ihr's Feind aufpassen. Ja, genau da in dem Haus. Ich geh da mal ran. Vorsicht mit Granaten, ich geh rein. Ja, ich komm. Links, rechts, 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 rechts. Ja, ich hab gesehen. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Der ist noch. Noch einer. Da sind noch mehr. Ja, ich komm. Da sind noch mehr, da sind noch mehr. Ich komm. Ja, links rum, Vorsicht. Hinter uns. Hinter uns. Fuck. Nicht dahin gehen, wo wir gekommen sind. Ja, ich bin getradet, glaub ich. Okay, ja, das sieht so gut aus, ich hol dich. War schwierig, weil da, äh, das schießt auf uns. Auf, aufpassen. Von da, wo wir gekommen sind. Ich hol dich, du liegst hier in der Ecke, das ist ganz gut. Okay. Direkt in Deckung, hieß Beschuss. Jawoll. Beim Attack-Macher ist die Fop. Ja. Auf der Straße, auf der Straße, weh. Auf der Straße, rechts von dir. Das kann ich nicht einsehen. Ja, aber pass auf, ich lass mich flank gehen. Ja, ja, ich seh die Fop jetzt, die wird schon beschossen. Ich, äh, zieh da drauf, falls da noch wer spawned. Äh, äh, wer schießt da auf mich? Ich weiß es nicht. Du warst nebenbei mir direkt. Was? Mit der Pistole war das. Ja, ja, ich hab's gehört, irgendwo in den Häusern. Ich kann dir aber nicht sagen, wo. Ich seh nur an der Fop hier, da hagelt es gut rein. Ja, die ist jetzt zerstört, durch Panzer. Ja, gut. Das sind aber noch Infantristen, also, in den Häusern. Mann, ist der Panther laut. Ja. Oh. Okay. Nicht erschrecken, ich stehe direkt hinter dir. Würdest du mich kurz hier ans Fenster lassen, bitte? Augenblick. Okay, Jungs. Unten rechts im Graben ist der Dräner. Ja, den hab ich. Hier zu den Kisten hockt einer. Dann lauf mal weit. Weitere Schöne Bewegungsmarker vorrücken. Ja, bei den Kisten, Jungs. Ja, bei dem ausgebrannten Fahrzeug. Mann, okay, kannst du reden? Und wenn du noch einen Spritz... ...Kombat, Wombat und die Spritzen erhält, das wird ja dankbar. Ja, ja, Moment. Wieso wird hier geschrauben? Ja, nee. Tag Marker im Haus ist noch einer. Nee, vor dem Haus. Er ist direkt hier nah. Vorsicht, der liegt davor. Granate liegt. Nicht, Jackson. Ja, ja, ja. Du hast ihn, du hast ihn. In den Kisten, Jungs. In den Kisten, Jungs. In den Kisten, irgendwo dazwischen. Müsste tot sein. Ja, ja. Sehr gut. Das ist echt eine Gefahr. Ja, das ist ein AT-Truck. Schütze ist tot. Ja, der Sound. Schön, wischig. Also, die kommen eher aus dem Westen, aber ja. Okay. Wenn es brennt, sich wird, sag Bescheid. Ja, ja, ich meld mich. Jackson, es wird brenzlig. Nee, ernsthaft, da kommen einige. Okay, aufpassen. Infanterie-Marker Südwest ist Feind-Infanterie. Eine Schrottwaffe, Alter. Ich kann nix treffen. Ich kann die nicht so gut aufhalten hier. Vielleicht kann der Panzer helfen, wenn der durchkommt. Einen habe ich. Ja, die sind da in den Wischen. Pass auf, da kommen noch mehr. Ich muss kurz die Trommel wechseln. Der Panzer muss den Schleiter zurückziehen. Zieht von der Pack. Okay. Ja, der muss nur Bescheid wissen, dass da ihn verziehen ist. Direkt hier, weil... Ja, das habe ich ihm gesagt. Oh ja, da kommt so viel. Wir können da kaum vorstoßen. Wir müssen nach Süden, Gotte. Ja, das meine ich ja. Wir müssen einfach auch... Wir können warten. Ich meine, die laufen ja ins Offene. Ja, aber ich muss schon ein Rallye für den nächsten Step machen, weißt du? Du kannst ja weitermachen. Ich decke den Panzer weiterhin, damit der nicht was drankriegt. Jawohl.